Ja, hallo lieben, Christian Schemmeier, Partner, Koalitionscoach, Klimmpsychologe und diesmal wieder über die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, heute haben wir mal wieder die Krümelbeziehung in ihrer vollen Blüte. Ich bespreche mal wieder eine Beziehungse-E-Mail. Was da jetzt so drin ist, auch schon erlebt, ist wirklich zum Haare ausraufen, wenn man einfach nicht weiterkommt. Insbesondere, wenn der Partner Kinder hat und diese Kinder nicht in irgendeiner Weise in die Beziehung integriert werden. Wenn du auch Fragen hast, kannst du über ein Formular auf liebeschibli.de senden und wir gehen mal rein. Eine Nachricht von Andrev Kowkolalowitsch. Und sie schreibt, ich folge deinen Videos und Sichtweisen mit großem Interesse und empfinde sie als hilfreich. Ich schätze deine klare und herzliche Art. Danke für deine Arbeit. Heute habe ich eine Frage an dich. Ich bin in meinen Mit-40ern und nach geschiedener Ehe mit Kindern seit fünf Jahren in einer Beziehung, seit fünf Jahren, in der ich in Plusburg gelandet bin. Er war von vornherein nur, intermittent, also mal ja, mal nein, verfügbar. Und er hat das Ganze natürlich als Dreieck angefangen. Das ist heute nicht wieder mit dem Dreieck. Ich dreh durch. Ich kann das Wort nicht mehr. Aber gut, es ist ja jetzt kein Dreieck mehr. Okay, nachdem seine Ex-Frau dann nicht mehr im Dreieck war, haben jetzt seine wachsenden Kinder des Empathes. Deswegen sage ich ja, ich, sorry, dass ich es jetzt auch mal sage. Haltet euch aufs Dreiecken raus, weil selbst wenn die Dreiecke sich auflösen, gibt es ja einen Grund, warum er im Dreieck war, dass Menschen vielleicht gar kein Zweieck haben wollen. Und dann immer wieder was Neues, eine neue dritte Ecke aufmachen. Das ist alles. Deswegen haltet euch da raus. Wirklich nach wie vor. So. Seinen erwachsenen Kinder des Empathes. Immer wieder kommt etwas dazwischen, in Anführungsstrichen, à la der Wellensittliche hat erstmal. Und verbindliche, kontinuierliche Annäherung findet nicht statt. Ja, und wenn die seit, ich kann dir was sagen, wenn die seit fünf Jahren nicht stattgefunden hat, die wird auch in noch fünf Jahren nicht stattfinden, die wird auch nicht in zehn Jahren stattfinden, die wird auch nicht in 20 Jahren stattfinden. Aber ich gucke mal nach in meinem schlauen Buch, ob die vielleicht in 30 Jahren stattfinden hat. Fünf Jahre Krümelbeziehung. Warte mal, ich gucke mal gerade. Fünf Jahre, zehn Jahre, 30 Jahre. Ne, findet dann auch nicht statt. Okay. Wollte nur nochmal sicher gehen. Alles klar. Gut, dann gucken wir mal weiter. So. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis seinen Geschwistern klar war, dass er eine Beziehung mit mir hat. Ja, Leute. Tut mir das nicht mehr an, bitte. Wir haben dieses Jahr insgesamt zwei, Anführungsstrichen, Ferientage miteinander verbracht und kein, Anführungsstrichen, ganzes Wochenende. Das hört sich noch nach einer spaßigen Beziehung an, ne? Er verbringt jedoch mehrmals die Woche stundenweise Zeit mit mir und auch mit meinen Kindern. Aber ich wünsche mir so viel mehr. Von familiären Angelegenheiten. Seinerseits bin ich 100% ausgeschlossen. Wo sind deine fucking Standards? Wo? Sag's mir. Sag's mir sofort. Da, das ist wieder, let's komplett die Show bestimmen. Warum? Warum? Grenzen setzen. Standards. Dealbreaker. Nicht so nett sein immer. Aber, das ist, sorry, das ist, da passt ja gar nichts. Also, es geht ja nur nach ihm, ne? Was mich zuletzt deshalb sehr triggert, weil ich selbst meine Eltern als Teenager verloren habe. Ja, es tut mir sehr leid erst mal. Und es ist wirklich immer wieder schlimm, wie man sich so Sachen wieder hervorholt, so, ne? Bis man sie dann abgearbeitet hat, ne? Und in den circa 30 Jahren seit damals so mit meinem jemaligen Partner neue familiäre Zusammenhänge entstanden sind. Ja, warum tust du dir das fünf Jahre lang an? Wirklich, ganz ehrlich. Mich stresst die Unsicherheit, Unklarheit, Ausgeschlossenheit und Nebeligkeit so, dass ich mich nun immer mehr zurückziehe. Ich gehe von einer abhängigen Person immer mehr in eine Dauerdistanzposition und bin sehr vorsichtig damit, den wirklich an mich heranzulassen. Ja, das entsteht, wenn man einfach keinen Bock mehr hat. Ich meine, du bist da ewig lange drin. Und du, also solche Beziehungen machen ja auch leicht liebesüchtig. Ich weiß nicht, ob das bei dir so der Fall ist, dass man immer wieder, also so war das bei mir, als ich mal so eine Beziehung hatte, immer wieder neu ausgeschlossen, immer wieder, auch, ja, mit Kindern, mit dies, mit das, jetzt, das nicht. Und man denkt immer wieder, okay, muss ich Verständnis haben? Nein, muss man nicht. Und fünf Jahre stelle ich mir da echt lang vor. Und, ja, irgendwann fängt man an, Mauern aufzubauen, weil es einfach fucking wehtut. Und das sind auch diese drei Modi der Co-Abhängigkeit, wie ich das nenne. Das ist in meinem Modul 4. Co-Abhängigkeit und Bindungsangst. Macht vielleicht auch Sinn, dass du mal bei Bindungsangst nachdenkst, bei auf deiner Seite, wenn du das so lange, aber vielleicht sind es auch einfach Wiederholungen von Vergangenheitsthemen, weiß ich nicht. Es gibt halt so einen Liebessüchtigemodus. Und es gibt eben so einen Modus, wo du immer noch deine Grenzen nicht setzt, aber einfach keinen Bock mehr hast, einfach keinen Bock mehr hast. Und viele gehen dann so einen Dauersingle. Du ziehst sie zurück aus der Beziehung. Aber letztlich, ja, das ist gesünder als das andere eigentlich. Aber noch gesünder wäre, Grenzen setzen. Die Beziehung entweder auseinanderfallen lassen oder sich, was ich jetzt für unwahrscheinlich halte, aber ich weiß es nicht, ich habe keine Glaskugel, oder sich neu anpassen lassen, aber nicht mehr das mitzumachen. Ja, mich stresst die Unsicherheit, Unklarheit, Ausgeschlossenheit, Neblichkeit. So, dass ich mich immer mehr, äh, das hatten wir schon. Mir ist klar, dass mir das alles nicht gut ist oder am bestenfalls eine Lehrbeziehung ist. Ja, so eine sehr gute Aussage. Gerade heute feiert er ein Familienfest, zu dem ich eingeladen bin, aber nicht kommen darf, weil sonst eines seiner erwachsenen Kinder nicht kommen würde. Ja, ich liese sowas immer wieder und das kommt auch oft vor, wenn Menschen, er will halt einfach nur den Spaß mitnehmen, ne? Sex und Aufmerksamkeit, aber er will dich nicht integrieren in sein Leben und will nicht seinen Kindern mal eine Grenze setzen, weil viele Männer haben ja zu Recht auch eine Höllenangst davor, dass sie Kontakt zu ihren Kindern verlieren. Und anstatt, dass sie sagen, ey, hey, ich habe eine neue Partnerin und, ähm, akzeptiert das, ähm, ja, nimmt er die wichtiger als dich und das ist natürlich irgendwo sein gutes Recht, ne? Also macht das ja nicht heimlich oder so. Trotzdem finde ich da so Zusagen, Absagen, geht gar nicht, ne? Also wenn man es vornherein schon so plant, dass man sagt, okay, da bist du jetzt vielleicht besser nicht dabei, das ist vielleicht zu heftig, aber da bist du dabei. Und, ähm, also er kann das ja gestalten, aber er gestaltet es einfach so, dass es komplett zu deinen Lasten ist, so, ne? Und, ähm, gibt ja so diese Ebenen der Liebe sozusagen. Die Paarbeziehung muss halt immer auf der obersten Ebene stehen. Da kann natürlich seine Kinder mehr lieben als sich meinetwegen, wobei das immer Äpfel und Bieren ist, aber, ähm, immer wenn man die Beziehung nach unten packt, ähm, und unwichtig macht, dann, ja, es ist, das ist für einen sehr leidvoll, ne? So, und das bist, glaube ich, du. Er rief mich von der kurz, äh, von dort aus kurz an. Gut gelaunt, keinerlei Mitgefühl spürbar für meine Situation. Ich meine, das ist jetzt wirklich bei allen Verständnis auch echt, das ist eine fucking Red Flag, ne? Wenn jemand so fucking unempathisch ist, das, das triggert einen so des Todes. Also, ach, das fühle ich mir, ey. Also ganz ehrlich, muss das sein? Willst du erst noch weitere fünf Jahre antun, ey? Ähm, aber it's up to you, musst du wissen, das ist deine Wahl. Ähm, auf mein Feedback, dass die Situation schmerzig für mich ist und ich so nicht positioniert sein möchte, sagte er, ab jetzt wird alles anders und, äh, das ist future-faking, ne? Das wird nicht passieren. Und sein Leben, und sein Leben mir gehört, äh, und noch Love-Bombing obendrauf. Okay, zum Ende hin wird die, wird's echt richtig schlimm, finde ich so. Quatsch mit Soße, in dieser Beziehung passiert eigentlich nichts, hauptsächlich und jetzt, sondern immer nur hypothetisch und dann. Ja, du hast ja, du hast ja eigentlich deine, also ich finde die E-Mail, es ist einen sehr ruhigen Ton geschrieben, trotz dieser, dieses wirklich üblen Beziehungsverlaufs. Und das, das, das gefällt mir, also jetzt eigentlich nur noch, bleibt eigentlich nur noch drauf, dass du deine Konsequenzen ausziehst, so, ne? Äh, letzten fünf Jahre hat er nie bei mir übernachtet. Leute, wenn jemand nie bei euch übernachtet und mit euch nicht Weihnachten feiern will oder nicht, äh, oder meinetwegen irgendein Hauptmuslimische Fest oder das Hauptjüdische Fest oder, ähm, das, äh, also wenn jemand Feste nicht mit euch feiern will, ist es die falsche Beziehung, ne? Was auch immer für euch wichtige Feste sind. Ähm, und, ähm, ja, und nie bei dir übernachtet. Sorry, das ist, wirklich, Leute, ihr müsst strenger werden. Ihr müsst strenger werden. Also, das müsste schon, also schon im frühen Dating müsst ihr ja schon ganz klare Kante im Boden rahmen. Du übernachtest nicht bei mir, du bist raus. Du bist raus. Also, du musst ja nicht jetzt auf dem ersten oder zweiten, dritten, der, so, wenn sich das, aber entwickelt in die Richtung, ihr seid zusammen und jemand will nicht bei dir übernachten, du bist raus. Und du darfst nicht beim anderen übernachten, du bist raus. Fertig. Chance gehabt. Next. Sonst, man wird, die Grenzen werden immer weiter ausgeschoben und er merkt ja, dass er, also, für ihn ist das scheinbar schön. Warum auch immer. Und, äh, nur ist für dich nicht schön. Das ist wirklich eine, völlig einseitige Beziehung zu seinen Gunsten, ne. Äh, nur mein Problem, derdägliche Situationen wecken in mir Wut und Aufruhr und, ja, logisch. Warum? Und treib mich ins Kämpfen, in die Protests, weiter auf die Plusseite. Standards und D-Breaker macht Modul 1, weil da steht auch drin, wenn man nicht so sicher ist, ist es vielleicht ein bisschen toxisch oder nicht, äh, wie einem da Schadens und D-Breaker weiterhelfen können, äh, weil, es macht ja sein, dass du wütend wirst, aber du gehst nicht richtig in den Konflikt, du sagst nicht richtig, hier ist meine fucking rote Linie, hier ist meine Linie im Sand. Wenn du die nochmal einmal überschreitest, bin ich weg, aber da muss man auch weg sein, deswegen, es gibt keine wirklich spürbaren Grenzen ohne Trennungskompetenz. Wenn du nicht bereit bist zu gehen, ähm, kannst du letztlich auch Grenzen nicht durchsetzen, so, ne, und dann kommst du in so ein ohnmächtiges Kämpfen rein und, äh, ähm, ja, es bringt dich weiter ins Plus, aber letzter Beziehung, also, irgendwann wird dich diese Beziehung mal in deine Kraft bringen, weil du es einfach nicht mehr aushält, so, ne, also genau das Verhalten, was mich jetzt und für Abstand meinerseits sorgen sollte, bindet mich stärker an ihn in meiner kampfbetonten Wut. Ja, vielleicht kennst du das, wie gesagt, aus deiner Kindheit, dass du, ähm, kämpfen musst für Liebe, aber du bist erwachsen jetzt, du kannst neu wählen, du kannst sagen, ich möchte nicht mehr kämpfen für Liebe, ich möchte Liebe geschenkt bekommen, ich möchte einen Mann haben, der bei mir übernachtet, so, und ich kann immer wieder sagen, sobald ihr einen Partner wichtiger nehmt als eure Standards und Rearbreaker, vor allen Dingen als die Rearbreaker, seid ihr verloren, seid verloren im Beziehungsgetümmel, wo es eben oft nicht um Liebe geht, sondern einfach um eigene Durchsetzen, eigene Interessen, so sind wir Menschen halt, kann ich auch nicht erinnern, und, äh, dann bist du übergemängelt, ne, geht wirklich um Selbstliebe, ne, nicht um Liebe für den Partner, sondern um Selbstliebe, ne, wie finde ich daraus, ja, ähm, was auch immer, also, denke, die Kurse können dir helfen, aber vielleicht, äh, will sich auch noch anders, anderweitig, ähm, beeinflussen lassen, aber das ist ja, oder beraten lassen, aber das ist doch keine, sorry, ist das die Art von Beziehung, die du führen willst, sag mal ganz ehrlich, also, das tut weh beim Lesen, ne, also ich wünsche dir wirklich, äh, und es ist okay, es ist okay, ich hab so einen Quatsch auch gemacht in meinem Leben, ähm, es ist okay, man muss, also scheinbar haben wir es gewählt, zu lernen irgendwie, und, äh, okay, hast jetzt deine fünf Jahre Lernzeit gehabt, reicht, will sich noch was anderes machen in meinem Leben, als um diesen Typen zu kämpfen, irgendwie, wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben.